Ich weiß gar nicht, ob es bei Patreon auch einen Share gibt. Also wenn nicht jemand abonniert auf Patreon. Heilige. LOL. Oh mein Gott. What the fuck? What are you doing? What are you doing? No, why are you laying down there? What the fuck? Why do you play this game? What are you doing? Er nennt mich ein Cheater. What the fuck? Ich werde jetzt trotzdem hingehen, auch wenn da ein Sniper noch... Die haben sich noch nicht gekillt. Wenn ich jetzt hier nen Winkel kriege. Oh lol. Was? Oh Gott, was war das denn jetzt gerade? Das wäre richtig gut. Es stand einfach direkt neben mir. Augen auf, Leute. Boah, wie der hingerichtet wurde. Hat auch zu mir geguckt und dann... Pah. Gegen die Wand geballert. Okay. Ich hoffe mal, das passt so von den Mollis her. Nice, nice. Trilli, danke fürs Folgen. Hey. Nein, so, Alter. Mollis, geht raus. Mollis, geht raus. Der Bait hat nicht funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Hm. Der könnte halt jetzt rechts oder links auch noch langlaufen und mich ziemlich böse wegkommt von der Seite. Er ist noch am Stein. Ja, und ich habe nur noch eine Smoke hier. Können wir versuchen, dann auf Distanz zu holen, weil der Typ jetzt nix macht. Ah, doch, da ist er. Wer war das hier? Der FNAF-Gamer mit der 420. Könnt ihr, mein Freund? Ja, dankeschön. Ich gönne mir auf jeden Fall erstmal auch diesen Kill noch. Oh, guck mal. Der Winkel, der Winkel des Todes. Der Winkel des Todes. Wie kann man denn so einen Winkel kriegen von mir? Durchs Haus, durch. Durchs Haus, durch. Hm. Oh, oh. Das kommt ja nicht weit genug hier anscheinend. Der wirft auch einen Nade. Aber seine kommt nicht an. Oh, meine müsste getroffen haben. Ah, der ist weggelaufen. Okay. 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 Doch nicht. Hey, TMK, danke. Die Wilde von der Hilde, grüß dich. Hey. Ich glaube, was war das für ein Sound? Ganz kurz ein Motorrad irgendwie gehört. Also, Dreier-Scope-Spray bin ich jetzt, glaube ich, Fan von. Ich glaube, da bin ich jetzt großer Fan von. Ich glaube, da bin ich auf jeden Fall schon gesehen, der Typ. Schade eigentlich. Oder? Der hockt da immer noch an dem Ding. Okay. Wusste gar nicht, dass der gar nichts hat. Also, gar keinen Helm auch irgendwie. Dann hätte ich schon viel eher geschossen. Der hat, glaube ich, gedacht, dass der eine Typ da noch dran ist. Da hinten ist einer. Okay. 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 Mein Gott, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Da war ich ja ein bisschen aufgeregt hier. Ich werde diesen K unbedingt haben. Unbedingt. Großer Fernkampf, ich sag's euch Leute. Das ist es. Das könnte jetzt ein bisschen schwer werden. Aber ich krieg die Zone also schon mal ganz gut. Ich weiß leider nicht, wie viele Nades der noch hat. Deswegen bleib ich erstmal nicht hinter dem Baum. Ich könnte vorpushen noch und dann den Baum holen. Aber ich denke mal, ich spiele das eher safe hier. Oh, der ist sogar schon ganz rechts. Nein, oder? Oh mein Gott. Ernsthaft jetzt? Bist du das? Oh mein Gott. Es ist der Fußballjunge. Es ist der Fußballjunge. Was machst du hier, Junge? Was ist los? Oh. Es ist der Fußballjunge. Gigi's, mein Mann. Gigi's. Good job, good job. Oh. 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 Das war's für heute.